Hallo Freunde, wir müssen was über Rede. Euer Mal auf dem Umgehen was erzähle euch, dass ihr mit was los ist und dass ihr das Arzt hört. Vor zwei Tagen war ich trotzdem mal auf meinem Lieblings Netflix, wo ich drin war. Ich war auf Amazon und plötzlich sehe ich was komisch. Selbsttory, Selbstsicht und ich war richtig schorle. Ich hab dann gesagt, das finde ich doch wohl. Und jetzt beachten, ihr werdet euch richtig müde werden. Und ich denke, sauer. Vor zwei Jahren, da kam im Prinzip, ich meine, Tilde 5, ein Filmweiter zu der Würfel. Und ich denke, ja, okay und so. Zwei Monate später. Jetzt, äh, was äh. Selbsttory, nochmal. No, Dreadboard. Und destory, äh, no. Und ich war richtig schorle. Ich war richtig müde. Ich war ins Bett. Hab mir den Film angeschaut. Und das an. Der Würfel. Und ich war richtig schorle. Und ich war richtig schorle. Und deshalb frage ich mich an. Und der Happy Let's World. Und jetzt kam über Gratul. In Japan hat sie ein Film gekauft. Selbsttory, selbstsicher. Und, no. Ja. Seid mal. Japan. Hat die einen Teil. Und dann kommt so ein Film. und hörst du alle nehmt euch mal den Verbedünung und drückt mal auf Netflix und tippt das mal ein und das Nass ich hab jetzt mal mein Kollege und ich sage das geht nicht selbst durch selbst sich zwei Menschen und 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 dann hab ich gedacht hä? genau das und das das no das musst du mal unterbinden mal sagt so stop der Film wird nicht mehr Zeit wir machen jetzt äh geht zu tun und genau deswegen happy thing ist vor zwei monat kam der Film aus selbst genau ja japan sag mal japan warum macht ihr so selbst Film nochmal teilt teilt ihr mal teilt ihr mal alle öfter mal klär warum das no teilt ihr mal und dann und dann und dann und dann selbst story selbst zichte z ja nochmal Und dann, Herr, bitte. Aua, scheiße. Warum treibt jetzt wieder einer? Auf Japan. Warum treibt hier mal andere Filme? Äh, Mordstraße-Filme. Oder die Jangan-Jones-Filme. Oder beispielsweise 4.000 Dollar. Nee, die hat eine Film-Cloud. Einfach so. Auch für Japan. Durch so einen Vertrags-Typ. Und dann, na. Oh mein Gott, weiter. Und now, deswegen, ich zeige jetzt mal weiß. Hier ist der weiß. Probe, links, ist USA, Rest, Japan. Und dann, deswegen, hat, äh, da, okay, ich nehme mich jetzt in den Film und mach selbe, normal. Ach, mein Güte. Und jetzt, jetzt, geht's mir Bitches und Güte und ihr auch bald. Guckt mal auf Netflix oder auf, ähm, auf Linz und mal fragt, warum. Und, äh, ich hab jetzt mal mein Kollege erzählt, der Film soll eigentlich an 80 rausbringen. Und ich schätze, er ist so brutal, das ist ein Horror, nicht einfach so, ja, und now geht's immer. Und dann, zwei Jahre später, kam noch einer. Und das, war nicht, oh, sorry, zwei Monate später, hab ich, äh, mir erzählt, er war ein bisschen falsch. Und auch deswegen, zeige ich jetzt in Japan noch mal, ich will kein Wurfel-Film, ich will normale Filme von, äh, euch. Ich will, äh, euch mal nachdenken, darüber. Ich will, ob dir was dafür zu tun wird. Mach mal ja ein Tenner oderunächst keine Gew". Na, aber was ist da? Oder was wird da? Oder was wird der eigentlich Typ da? Ähm, hiern restlichen ganz normal. Der hier, der kann nicht ihr nehmen, aber das hier, was ihr da veranstaltert. Du hast aber aber jetzt. Ja, da, wenn ichる von Facebook, über den Internet denkt. Schock des Lebens. Und jetzt will ich jetzt sagen. Guckt jetzt bitte mal an. Ich schreibe jetzt für euch mal, wie heißt er. Ich sage euch Leute. Das geht nicht. Ich sage einfach nein. Und jetzt nimmt auch zu. Guckt jetzt an. Guckt jetzt den Film an. Verkleidet es. Und nicht einfach. Vielen Dank und zuhören. Euer Christian.